Die Europäische Zentralbank hat die Zinswende eingeleitet und während hohe Zinsen für Immobilien eher schlecht sind, sind niedrige Zinsen für Immobilien selbstverständlich gut. Und das stellt die Frage in den Raum, wie könnte es hier mit Vonovia weitergehen? Werden die von den niedrigen Zinsen profitieren und könnte der Aktienkurs jetzt einen Boden gefunden haben und auf Sicht der nächsten Jahre hier richtig nach oben ausperformen und vielleicht zu alten Höchstständen wieder gelangen? Diese Fragen und noch mehr möchte ich in diesem Video beantworten. Mein Name ist Steffen und auf meinem Channel geht es um die fundamentale Analyse von Aktien und von Kryptowerten. Wenn euch diese Sachen also interessieren und ihr euch denkt, der Typ, der labert ja nicht nur Blödsinn, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich auch das Glöckchen nicht vergesst. Gerne könnt ihr das Video auch liken, kommentieren und natürlich teilen. Wir starten wie gewohnt mit einem Blick auf den Chart, sehen uns an, von wo sind wir gekommen, wie stehen wir momentan, wie kann es weitergehen, gucken uns dann die Zahlen an, wie sieht das bei Vonovia hier momentan aus und machen dann so ein bisschen Brainstorming, um mal zu schauen, wie kann die ganze Sache hier weitergehen. Also der 5-Jahres-Chart von Vonovia hier bei den Google-Ergebnissen, das sieht tatsächlich nicht besonders gut aus. In der Summe sind wir so bei minus 40 Prozent und vom Peak hier oben, das war so im Jahr 2021, Sommer, da waren wir bei 60 Euro ungefähr und auch ohne Taschenrechner kommen wir da auf Verluste, die wesentlich höher sind als 40 Prozent. In der Summe sind wir von der Spitze um über 50 Prozent nach unten gekommen und hier im Tief, so im März 2023, da war das schon echt nicht schön, da musste man einiges aushalten. Aber wir sehen hier, seit März 2023 befinden wir uns wieder in einer Aufwärtsbewegung und es könnte sein, dass hier die Bodenbildungsphase tatsächlich bereits abgeschlossen ist. Deutlicher wird das Ganze dann im Jahres-Chart, denn auch auf Jahressicht sind wir immerhin 46 Prozent im Plus, waren im Juni 2023 bei 17 Euro und seitdem geht es beständig mit entsprechenden Zwischenerholungen nach unten, wieder nach oben, aber so seit, naja, Dezember 2023, also mittlerweile schon wieder ein halbes Jahr, hat sich der Kurs nicht so wirklich vom Fleck bewegt, mal nach oben, mal nach unten, aber viel passiert ist da eigentlich nicht. Frage an dieser Stelle ist, wird es mit der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank denn jetzt perspektivisch anders? Darum kümmern wir uns gleich, erstmal schauen wir uns die Zahlen an. Wie gewohnt bei Marketscreener.com und den ersten Blick möchte ich hier auf das Kurs-Gewinnverhältnis bzw. das KGV werfen. Da waren wir ja im Jahr 2022 bei einem Minus, im Jahr 2023 auch bei einem Minus und im Jahr 2024 sind wir auch noch im Minus. Ist dadurch zustande gekommen, weil natürlich durch die massiven Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank die Immobilien weniger wert geworden sind und man hier Abschreibungen vornehmen musste. Aber das ist eigentlich die wesentlich wichtigere Information im Kerngeschäft und Vonovia spekuliert ja nicht mit Immobilien, um sie günstig zu kaufen und teurer Fähr zu kaufen, sondern es ist ein Vermietungskonzern. Also das Kerngeschäft ist die Vermietung und dort ist man nach wie vor hoch profitabel. Wenn man sich also mal anschaut, was denn perspektivisch auf die nächsten Jahre so erwartet wird, das ist hier so leicht in Türkis gehalten, da sehen wir 2025 so ein Kurs-Gewinnverhältnis von 16, 2026 vielleicht 11. Also auch ohne Taschenrechner kann man durchaus sagen, Stand heute scheint die Vonovia-Aktie zumindest, wenn man sich das Kurs-Gewinnverhältnis anschaut, die scheint nicht so wahnsinnig teuer zu sein. Umsatzseitig sieht das Ganze auch sehr, sehr schön aus. Da waren wir im Jahr 2019 noch bei 2 Milliarden Euro Umsatz, sind dann bis in das Jahr 2022 gestiegen auf 3,2 Milliarden Euro Umsatz ungefähr. Hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Vonovia in der Vergangenheit den ein oder anderen Immobilienkonzern übernommen hat, die ein oder anderen Wohnungen gekauft hat. Dadurch sind diese Umsatzsprünge zu erklären. Allerdings seit 2022 hat man sich dort sehr bewusst zurückgenommen, hat auf die höheren Zinsentwicklungen reagiert und hat eigentlich nur die Mieten nach oben immer angepasst über Mietsteigerungen. Und selbst da sehen wir, dass von dem Jahr 2022 bis 2023 und 2024 eine Steigerung der Mieten durchgesetzt werden konnte und auch weiter durchgesetzt wird. Schauen wir uns gleich nochmal an, wenn wir uns ein bisschen anschauen, was denn so im Geschäftsbericht steht. Das Nettoergebnis hatte ich gerade schon angesprochen. Im Jahr 2019 bis 2021 hatten wir sehr, sehr schöne Gewinne, allerdings vor allen Dingen Buchgewinne. Wenn Zinsen niedrig sind, gewinnen Immobilien zum Beispiel an Wert. Und das muss natürlich in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung auch entsprechend Berücksichtigung finden. Heißt also, die haben nicht tatsächlich 2,6 Milliarden Euro hier am Jahresende eingenommen im Jahr 2021, sondern das sind vor allen Dingen Buchgewinne, dadurch, dass die Immobilien besser bewertet werden. Auf der anderen Seite sehen wir dann im Jahr 2022 und 2023 die entgegengesetzte Richtung. Dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, sind die Immobilien im Wert gefallen und man musste entsprechende Abschreibungen vornehmen. Der Peak ist wohl jetzt höchstwahrscheinlich erreicht. Im Jahr 2024 wird nochmal mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Vielleicht durch die Zinssenkungen wird das wieder ein bisschen, ja nicht ganz so schlimm, wird wieder ein bisschen nach oben korrigiert. Aber der Peak, das hat die EZB jetzt auch deutlich gemacht, der Peak mit den Zinsanhebungen, der ist jetzt wohl erstmal gesehen. Zumindest, solange nichts anderes passiert. Im Kerngeschäft ist man profitabel, hatte ich bereits angesprochen. Das spiegelt sich hier insbesondere im Free Cashflow wieder. Im Jahr 2021 950 Millionen Euro, 2022 dann minus 391. Aber letztes Jahr, in dem Jahr, wo man richtig viele Verluste eingefahren hat, da sehen wir ein Free Cashflow von knapp 800 Millionen Euro, weil man einfach weniger Projekte entwickelt hat, weil man weniger Sachen saniert hat und versucht hat, hier das Geld wirklich beisammen zu halten, um durch diese Phase der hohen Zinsen zu kommen. Im Jahr 2024 rechnet man mit einem Free Cashflow von 3,35 Milliarden Euro, ist der Tatsache geschuldet, dass Vonovia angekündigt hat, hier bestimmte Teile des Betriebs zu verkaufen. Heißt also, Wohnungseigentum zu verkaufen, um liquide Mittel in die Kasse zu spülen. Vonovia war ja viele Jahre lang ein Dividendenkonzern. Im Jahr 2021 hat man dann noch schön ausgeschüttet. Im Jahr 2023 dann nicht mehr ganz so. Die Dividende wurde nach unten gekürzt. Kann man gut sehen, kann man negativ sehen. Ich persönlich finde es tatsächlich eher gut, dass der Konzern merkt, okay, wir müssen hier wirklich schauen, dass wir als Betrieb, als Konzern über die nächsten Jahre kommen und da müssen wir die Aktionäre leider mit beteiligen. Aber es ist sinnvoller, jetzt die Dividende auszusetzen oder zu kürzen, als wenn wir dann als gesamtes Unternehmen irgendwann vor der Klippe stehen. Dann noch ein kurzer Blick in die Quartalszahlen. Das findet ihr bei report.vonovia.com. Ihr könnt auch in die Suchmaschine eures Vertrauens Vonovia Quarterly Report oder Vonovia Investors Relations eingeben. Da seht ihr hier Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten 2024. Positiver Start ins neue Geschäftsjahr im Kerngeschäft Rental bei hohen Kundenzufriedenheitswerten und nahezu Vollvermietung. Vollvermietung möchte ich hier aufgreifen. Seitdem ich die Geschäftsberichte hier von Vonovia regelmäßig lese, lese ich immer wieder davon, dass die Leerstandsquote von 2%, 1,9% haben. Also de facto nichts, außer so, dass jemand halt mal aussieht. Die Wohnung steht vielleicht einen Monat leer. Ihr wisst, was ich meine. Und dass wir die Mietsteigerungen peu a peu wirklich durchsetzen können. Einfach aufgrund dessen, dass wir momentan seit vielen Jahren bereits in Deutschland Wohnungsmangel haben. Ist natürlich für den einzelnen Mieter nicht immer ganz schön. Aber als Unternehmen, wie Vonovia ja eins ist, ist das durchaus ein gutes Zeichen. Unverendete Rahmenbedingungen für Immobilienverkäufe, Erschließungen der CAF und GBP, Fremdkapitalmärkte durch erfolgreiche Anleiheplatzierungen. Also Schweizer Franken und britische Pfund. Dann sehen wir hier das organische Mietwachstum, Mietsteigerung organisch von 3,4% auf 3,8% in den ersten drei Monaten 2024. Und die Leerstandsquote stagniert bei 2,2%. Also nicht wirklich irgendwie etwas, wo man sich Sorgen machen sollte. Zumindest von dieser Seite aus. Also fassen wir bis hierher mal zusammen. Die Aktie hat in den letzten Jahren nicht so wirklich Spaß gemacht. Der Tiefpunkt scheint zumindest erstmal hinter uns zu liegen. Immer vorausgesetzt natürlich, dass hier nichts Weltbewegendes passiert. Die Mieten steigen. Die Leerstandsquote ist weiterhin historisch niedrig. Und da ist die Frage, wie wird es weitergehen? Nun zum einen haben wir die Europäische Zentralbank, die jetzt die erste Zinssenkung durchgesetzt hat. Heißt also, dass es tendenziell erstmal so ein bisschen positiv für die Immobilienaktien. Denn wenn die Zinsen sinken und der Zins ist ja der Preis für das Geld, dann werden Immobilien perspektivisch erstmal wieder teurer werden. Nicht jetzt, nicht sofort, nicht nächste Woche. Aber diesen Trend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass Immobilienpreise flächendeckend unter die Räder kommen, der könnte damit erstmal einen Peak erreicht haben und sich auf hohem Niveau stabilisieren, bevor es dann vielleicht in die entgegengesetzte Richtung gehen könnte. Das sorgt zumindest dafür, dass auf dem Papier wieder Gewinne entstehen, dass die Aktie vielleicht wieder ein bisschen positiver wahrgenommen wird. Aber wie geht es denn mit dem Kerngeschäft weiter? Also mit der Vermietung, mit dem Free Cashflow, mit der Leerstandsquote? Naja, in den letzten Jahren haben wir ja immer wieder gehört, dass wir in Deutschland zu wenig Wohnraum haben, insbesondere in den Ballungszentren. Und wenn ich mich richtig erinnere, wollte ja die Bundesregierung letztes Jahr wie viel neue Wohneinheiten bauen. Wie viel sind es dann geworden? Die Zahlen habe ich gerade nicht mehr so im Kopf, aber ich weiß noch, dass das fundamental gescheitert ist, fulminant gescheitert ist. Und wenn man mal ehrlich ist, dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch scheitern. Ist natürlich nicht toll, sollte aber in die Betrachtungsweise, wie sich das hier bei Vonovia verhält, mit einfließen. Denn wenn zu wenig Wohnungen neu gebaut werden, wenn zu wenig Wohnungen neu auf den Markt kommen, die Bevölkerungsanzahl aber steigt, zum Beispiel durch Immigration oder durch Migration, dann ist ja die ökologische Konsequenz, dass immer mehr Leute immer weniger Wohnraum gegenüberstehen, insbesondere in den Ballungszentren. Und das heißt, dass die Mieten steigen werden. Es wäre ja schon fast ein Wunder, wenn dieses Jahr die Quote erfüllt wird oder nächstes Jahr dann die Ziele erreicht werden. Das sind ja keine Sachen, wo man mit dem Finger schnipst und dann ist auf einmal Wohnraum da, sondern das sind ja eher so strukturelle Probleme, warum dann irgendwas sich nicht realisieren lässt. Und wenn die Zinsen steigen und Wohnraum knapp ist, aber gleichzeitig auch die Ressourcen steigen, das hatten wir ja auch, die Inflation hat ja auch voll durchgeschlagen, auch bei den Rohstoffkosten, dann muss man sich nicht wundern, wenn der Neubau nicht so gut vorankommt, wie es der ein oder andere aus jedem jeweiligen politischen Lager vielleicht gerne hätte. Heißt also perspektivisch, auch wenn wir dieses Jahr vielleicht die Quote oder nächstes Jahr die Quote erreichen, dann heißt das ja nicht, dass sofort Wohnraum für alle da ist, sondern dann heißt das nur, dass dieser Trend nach oben vielleicht ein bisschen verlangsamt wird von den Mietsteigerungen, von der Miethöhe und von dem Wohnraummangel. Das ändert aber grundsätzlich nichts an dem eigentlichen Trend, den wir hier in den letzten Jahren gesehen haben. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, wahrscheinlich wird auf Sicht der nächsten Jahre immer noch zu wenig Mietraum da sein, zu wenig Wohnraum da sein und das heißt, dass Mietsteigerungen von Vonovia höchstwahrscheinlich hier weiter durchgereicht werden können. Das führt zu einem profitableren Kerngeschäft, das führt zu mehr Free Cash Flow, das führt dazu, dass man die Schulden besser begleichen kann und die Schuldenlast nicht so drückt und man vielleicht in Zukunft hier neue Projekte angehen kann, insbesondere wenn die Zinsen perspektivisch wieder sinken. Aber bitte denkt daran, das ist ja nur meine Einschätzung, meine Beobachtung, wie ich auf die Sachen blicke, wie ich die Information interpretiere. Das kann richtig sein, das kann falsch sein. Macht euch wie gewohnt selbst ein umfassendes Bild. Wenn ich jetzt allerdings ein Statement zu Vonovia abgeben müsste, würde ich sagen, dass die Chancen ziemlich gut stehen, dass wir hier aus dem Gröbsten tatsächlich raus sind, dass die sinkenden Zinsen und die künftigen Mietsteigerungen, die ja perspektivisch wahrscheinlich kommen werden, dazu führen, dass Vonovia hier aus dem Gröbsten raus ist, dass wir die Kurssenkungen, dass wir die Kursanpassungen nach unten gesehen haben und dass wir jetzt in einer Bodenbildungsphase sind, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen nach unten gehen, vielleicht nach oben gehen, wo alle denken, boah, jetzt ist es wirklich durch und dann kommen wir vielleicht noch mal zurück auf die Stände, die wir heute sehen oder die wir schon mal gesehen haben. Vielleicht noch zwei, drei, vier Euro nach unten. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Aber aus dem Gröbsten, aus dem fundamentalsten Stress könnten wir bei Vonovia hier wirklich raus sein. Und wenn man davon ausgeht, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen nicht bis in alle Ewigkeit oben lassen wird, sondern vielleicht mit dem einen oder anderen Zinsschritt auf Sicht der nächsten Jahre nach unten agieren könnte, dann hat man auch eine gute Story, dass Vonovia hier langfristig perspektivisch wieder schöne Gewinne schreiben könnte. Nicht nur auf dem Papier hoffentlich, sondern natürlich auch durch den Free Cashflow, durch das organische Geschäftsmodell. Aber wie gesagt, das ist ja nur meine Einschätzung. Deswegen würde mich interessieren, was sagt ihr denn zu Vonovia? Oder glaubt ihr, wir sind aus dem Gröbsten raus? Oder werden wir hier die Kursbewegung nach unten erstmal nochmal richtig sehen? Würde mich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, Abo, Like, Glöckchen und das Teilen nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.